hallo herzlich willkommen zurück auf der ls-17 map lpg schwarze pumpe ehemals thüringer oberland 1988 mit dem tom mit dem landei und mit dem frisi hallo hallo so und bei uns geht es weiter wir haben ja im livestream die große aktion gemacht wann kommt hier eigentlich wieder eine folge man konnten die eigentlich hier muss ich jetzt mal blöd fragen also sehr gute frage kann ehrlich morgen schon ja so sieht aus wir haben hier die genau diese rüben aktion gemacht auf dem im live stream und haben da richtig krasse rüben runter geholt ich glaube 75.000 an der zahl mit gemieteten maschinchen ja und die jungs oder beziehungsweise das team von der lpg schwarze pumpe die haben da schön mit geholfen deswegen an euch auch noch mal schöne grüße vielen dank dafür hat auf jeden fall sehr viel spaß gemacht und wenn es wieder so passt dann das ist prima so sehr schön das ist wirklich lieb das war der rennen hat ja irgendjemanden so ein hässlichen deutsch stehen lassen mitten im mitten in der landschaft war auch nur wir machen so einen quatsch noch mal deutsch aber ich habe den deutsch erst mal ganz klassisch festgefahren im schlammloch wie geht das ja das ist der deutsch ist wie eine frau da musst du behutsam mit angehen nicht so wie du so was sind das hier der steckt im schlammloch fest ich glaube es nicht ich komme nicht raus ich habe mir gerade den deutsch ok scheiße auf den deutsch so dann haben wir das glück dass der liebe andre wahrscheinlich hier seine zt403 vergessen hat den fortschritt und ja das ist natürlich ganz blöde sache dass jetzt über andre auf der mitten auf der scheibe soll ja das ist das ist jetzt blöd aber den behalten wir trotzdem auch hier steht auch noch anhänger den aufkleber kann sich abkratzen warte mal wir müssen mal gucken nicht dass wir noch mehr vergessen haben oder hier noch sachen gemietet haben das wäre echt mies sehr gemietete sache sind zurück aber der cd ist nämlich gemietet noch der tor hat alles zurückgebracht ja bis auf den zt ist noch gemietet ja da müsste noch gemietet sein die anhänger gehören alle uns ja okay na gut dann müsste ich den zt wahrscheinlich dann doch mal zurückbringen ach so den brauche ich nur abgeben hier oben ja der ist echt cool mir gefällt ja na gut aber weil er uns geld kostet muss man leider wieder abgeben ich muss glaube ich erstmal die anhänger rausfahren weil er kennt die anhänger warum auch immer stehen denn die anhänger so blöd davon drin sicher dass die anhänger uns irgend einer wollte hier wahrscheinlich keine ahnung ja was denn naja weil die anhänger zur abgabe oben stehen also dann in dieser rückgabe und vorne der an traktor dran war oder irgendwas und der wahrscheinlich abgegeben wurde aber nun die anhänger stehen jetzt halt so blöd da aber ich habe jetzt mal rausgefahren das ist wie viele anhänger haben soll jetzt kann ich den zt abnehmen der übrigens sehr geil ist den können wir uns auch kaufen wenn wir das möchten aber dazu brauchen wir erstmal noch ein bisschen kohle so zurückgeben okay sehr gut dann schauen wir doch mal ganz kurz was kostet er denn überhaupt 12.000 okay das ist ja eigentlich ein schnäppchen was brauchen wir noch was wollten wir haben wir wollten genau als nächstes uns eigentlich da manos wollten wir sogar einen traktor haben und zwar den du traf genau der du trau war mal das ziel gewesen ja jetzt quatsch immer nicht hier die die zunge immer leine fusselig über deine woche ja ist ja auch eine frage an mich spaß meine woche ja also bis jetzt war sie arbeitsreich schon wieder montag quasi zum feiertag habe ich begonnen mit ausstelle also ich muss mir ganz ehrlich sagen ich mich lang so ein bisschen angst um dich warum ja so überarbeitung burnout naja burnout vielleicht nicht aber überarbeitung kommt könnte hinkommen ja ist nicht sogar jetzt der zeit nähe aber gut ist jetzt auch nicht so dramatisch nur eine ganz kurze frage und zwar der anhänger hier der blaue tom welcher war der jemand in schlüter ja da lebt da lebt alles gut da lebt alles so gut dann schauen wir mal was haben wir im lager noch das wäre ganz interessant denn wir wollen jetzt als nächstes unsere lager sehen gut aus denn wir wollen jetzt als nächstes in die backwaren gehen dazu brauchen wir aber erst einmal mehl bioproduktion und alles das haben wir ganz gut angekurbelt und jetzt stehen als nächstes backwaren auf dem plan man wird denn hier an dem lager nichts angezeigt eigentlich an der tafel an der lagertafel weil das noch mit analoger anzeige ist und die anzeige im ls7 erstmal nur digital funktionieren ach so ok alles klar also das geht vom spiel her noch nicht ja ok so tom was können wir in die mühle fahren weizen gäste gäste können auf jeden fall auch abgeben ja ja dann haben wir gestern woher ich habe ich habe aber auch noch ein cooles thema für uns jetzt kommt für sie das ist ja eine tür eingebaut habe ich gesehen ja erst mal eine frage war das dein vater das war ein vater ja ok ist unverkennbar also das kann er nicht abstreiten so er werde ganz kurz die in die windmühle oder in die mühle in die mühle die windmühle ist ja naja also eine mühle ja aber für was brauchen wir hühnerfutter für die eierpalettenproduktion ist die hier drauf ja ok ähm in die die mühle also gut ja genau ja da habt ihr eine tür eingebaut was die tür denn herr also die sah so aus als hättest du die als hätte wer die über gewesen ja die war auch bewacht mein vater ist schreiner ach so ach ehrlich ja der ist schreiner ja eigene firma also kleine ich ergehen nicht nichts groß ist nichts willendes ähm ja und die liegt dann auch da in bei ihm rum und dann habe ich gesagt gib mal her das ding ach so und da hat er dir die direkt eingebaut ja genau ist ja eine super sache von papa ja aber soll ich was sagen an einer stelle da musste ich so feiern ich musste so lachen aber nicht böse lachen also jetzt nicht aber einfach es hat mich unglaublich unterhalten wo ihr ähm den rahmen der tür äh also das futter von innen dran gemacht habt ja und da war dieses eine eisen im weg und er hat eisgalt den rahmen zerbrochen ja da hab ich so gedacht wow was macht dann jetzt zack zerbrochen ich denke ok hab ich auch gedacht so und dann wieder zack gebaut ey da hab ich auch so gedacht oh wow okay ist ein keller aber ähm ja krass du äh ich bin jetzt von oh fuck ich bin aus dem traktor gefallen ja du hast zu weit aus der tür gehängt ja leider ey das ist immer so ne guckst du einmal gabst du einmal nach der nach so ner rothaarigen hier zack blommst aus der tür gefallen ist halt auch peinlich ne ach ja nein ähm ja aber äh interessant ist du hast jetzt ne doppeltür jo warum keine t30 brandschutztür das wärs doch gewesen ey das hätten die leute gefeiert sag ich dir wo die leute das dann nachher in die kommentare geschrieben haben hab ich auch gedacht warum hast du nicht so eine geholt aber also wenn der t30 brandschutztür hast du auch die probleme mit dem rahmen nicht weil die hat den nicht in dem sinne also der rahmen an sich wird einfach rundherum verschraubt und die tür schließt auf dem rahmen und fertig ja ja gut so geht es natürlich auch ist ja wusste ja so und jetzt als nächstes aus schön kann jemand anders erzählen die bauarbeiten was steht als nächstes an als nächstes hast du schon wieder was gemacht ja ja ich habe jetzt die rüste und alles gespachtelt gestrichen und jetzt wird die tage der boden verlegt ja und dann kann es eigentlich schon losgehen war kabel die erste wende gespachtelt quasi ja da waren so ein paar rüste drin halt die wollte ich halt eben einmal gespachtelt habe habe ich jetzt noch keinen aufwand drum gemacht er ist jetzt auch nur für ein paar monate nur noch denke ich mal und dann ist das gut ne ja 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 er ist ein bisschen farbe dran und dann genau bleibt aber weiß und das ist gut ah ok ja ist ja ok war wohl am überlegen vielleicht die wand die hinter mir ist grün zu streichen und dann mit dem ähm ähm green screen irgendwie zu verbinden aber ich weiß nicht ob das klappt ähm eine frage kurz tom und zwar ja äh klei wird hier ganz produziert oder nee 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 wow äh ja das ist noch als überbleibsel aus dem ls 15 ich hatte mal gedacht das als abfallprodukt rein zu nehmen aber dadurch dass das im ls 17 mit den tieren noch ein bisschen schwach ist es gibt ja noch keine tiere groß dazu ja 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 ok äh ja frisi sorry ähm 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 äh du meinst die wand hinter dir grün streichen und mit dem green screen ja das geht da braucht man da nicht irgendwie so ein spezielles grün oder ne also ähm grün halt einfach grün ok also schönes helles grün aber das funktioniert also das kriegst du damit ähm künftigen kriegst du damit definitiv bin komm ich lass dir mal den äh warte mal auf feld 17 äh feld 17 erntet gar keiner oder im moment nicht ach so na warte mal dann äh dass wir es doch machen wir es doch mal so wo bist du auf welchem feld tom öfter 5 aber wie sie ähm der ertrag ist nicht so hoch denn ja kann ich ohne hänger ja einfach hinstellen wollte ich gerade sagen konnte einfach so stehen lassen ich lass mal den schlüter mit dem anhänger auf feld 17 stehen und komm mal mit dem und fahr mal einen anhänger zu dir tom oder hast du schon ein ich hab ich kann doch eben vorbeibringen so aber an der 17 steht auch da b50 den anhänger will ich dir jetzt vorbeibringen ich habe mal anhänger hier hat schon ein bisschen was reingehaut den hänger ach so jetzt muss ich erst unten rumfahren ich hätte oben abbiegen sollen gleich aber ich kann ja mal gucken bei gut zu suchen und uns voll hätten sind ja ja die würde ich mal direkt noch weg schaffen ja oder er trau ist aber echt möglich was er was erntet ihr sonnenblumen es ist voll gedüngt ist ist nicht gedüngt hat das noch denn das kleine grüne ungeheuer müssen wir mal retten und bergen das hängt ja trotzdem fest am berg ja haben wir in den stangen nähne ne da hilft man aber wahrscheinlich muss schieben ja so gestern hatte ich einen echt lustigen stream mit Hitcher ey ok ich hab grün gelacht ohne witz ey was habt ihr erzählt? wir haben ARK gespielt und ich fragte an Hitcher hast du Bock mitzuspielen und hin und her ja und weil ich unbedingt ein Dino haben wollte hat Hitcher mal eben alles verloren seine ganzen Dinos alles und der Stream hat das so gefeiert das war echt lustig ey krass aber ich hatte mein Dino zum Schluss und jetzt hatte ich nichts mehr nichts mehr der war komplett nackt also keine Ausrüstung mehr keine Dinos mehr wir hatten die Zeit auf schnellen Vorlauf gekriegt oh äh sorry ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich es war aber ja weil der Tank bleibt oder alles ja die Bierbrauerei ist auch voll mit Paletten die können auch weggefahren werden dann haben wir wieder viel Geld ja was denn jetzt Verhänger für Paletten steht in der Brauerei ja so ja was denn was denn jetzt denn hier hinstellen noch auch noch ja ja gut in der Brauerei sagst du ja so Tom weißt du was wir theoretisch überlegen könnten wenn ja mach mal nächste Folge ähm mach mal nächste Folge Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder lasst das Däumchen nach wenn es euch gefallen hat und schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei alles unten verlinkt in der Videobeschreibung ähm schreibt uns die Kommentare falls ihr noch paar coole Mods kennt ähm ohne Links bitte sondern einfach nur die Mods wie sie heißen und wo ihr sie äh gefunden habt weil ansonsten landet das Ganze immer im Spam wird automatisch rausgefiltert und wir sind erstmal raus in diesem Sinne bis dahin tschau tschau tschau